So, jetzt nehm ich mit. Das sieht schon gut aus. So, wir fangen mit. Dieter! Hammer! Er muss ja dir noch was zeigen. Guck mal, die Farbe nicht. Oh, Anneliese war auf jeden Fall. Du kriegst schon mal. Die Post-Aberatung. Vielleicht wird der Arzt gefehlt. Oh! Oh! Ich hab's praktisch auf. Ich kann das nicht. Ich war schon in Griechenland. Ich will dich nicht. Oh! Oh! Es gibt noch eine Reise. Du fühlst dich schnell. Die Reise kostet 5.000 Euro. Wir zahlen alles. Angelika, Dieter, Joachim. Es gab es noch. Bill Fried. Guck mal. So. Du hörst euch ein bisschen schlecht. Du sagst. Wahnsinn. So. So. Wenn ihr das so schön habt. Die Reise kostet 10.000 Euro. Wie kann. Das ist der Hammer. So. 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 Jetzt geht's los. Komm mal auf. Seid ihr bereit? Ja! 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 Danke schön, ihr habt ihr alle gemeint, ihr klettert Marisa auch der Lattergeld. Ich will raus. Danke schön.